du hast die traumstadt warum langsame feuerwehr es kann gar nicht sein so was haben wir da stellen sie einen bahnhof für personenverkehr wollen die mich verarschen ach da oben habe ich noch schienen okay ich habe nichts gesagt darum ich habe hier extra welches zentrum aufgebaut die stadt muss jetzt glücklich werden ich muss mal rüber zu lang striemstadt wirst du reichern wenn ich im welches zentrum ansage kommen sie mal eben hier ja wir deutschen sind sehr beliebt wenn wir wieder gehen und dabei das geld da lassen ja genau das ist genau der punkt das hat doch auch bestimmten praktikant design dieses gebäude warum hast du so viele potthässliche hochhäuser sind schön und sie bringt leute also du kannst mir erzählen was willst aber new york wisst nicht mehr will gleich new york sein schermann plaza eigentums wohnung blu schermann plaza und opfer ich würde wird bei ihr er sagen schieben plaza das heißt das muss man sich vorstellen zu das heißt bei chihiro der adlerhorst also bei mir heißt auch einer traumturm wilder willi ja da am am see pazifik im mond opfer ich weiß nicht ob das nicht sogar besser als gammeltronics ist gibt es gar mit das kann weg österreichischen klinger langweilig die deutsche müssen wir wieder alles reißen also ich möchte ja nicht unbedingt wilder willi korb heißen oder so eine firma in der city habe könnte man auch ganz falsch verstehen überhaupt immer handwerklich begabt sein muss in seinem zukünftigen beruf dann arbeitet sicher bald im wilden willi korb ich habe mich schon bei gammeltronics beworben aber was willst du dort streicheln hallo fußpflege oder wie gut wo haben wir hier den pazifik im mond opfer da haben wir warum heißt bei dir baums grundstück ein grundstück das gibt es nicht baums grundstück neben loft deluxe so dass sie viel grundstück ich hier habe so neben der autobahn neben also nach der brücke pensionen garten duft wenn so ein agil übering haushalt bei der autobahn du bist falsch du bist ganz falsch du musst hier du musst hier rüber auf die danke das sehe ich jetzt du musst hier rüber freundlich hier da irgendwo da da genau da das kann ich mir jetzt das kann ich mir jetzt bei alex gut vorstellen so er zeigt genau da wo sind ja wo hinsonst also bitte luxusapartments holz schnitt sehe ich hier pension hochwald luft la terrassa krankenhaus also hier doch ein krankenhaus ach da hinten bist du sagt dass das krankenhaus da ist ja habe ich hier loft la terrassa ja es ist keine autobahn und wenn du wenn du nach oben gehst du scheiße dieser stau hier loft deluxe und dann baums grundstück alter dass das ist ja fast so schlimm wie bei nie sogar schlimmer als bei duisburg galle jetzt meine autobahn die in mein gartners grundstück nein weiter oben noch weiter nach oben nach loft deluxe pension galleria chef das ist wohl die falsche richtung ja große fix herz wo dümpelst du dummer ane ich bin in dem krankenhaus jetzt ist ja loft lage direkt rechts neben dem krankenhaus ist loft la terrassa so und wenn du jetzt mit der maus ein stückchen rüber gehst dann siehst du loft deluxe mit dem pool oben am dach loft lage ach da loft deluxe ja so und links daneben baumsgrundstück ja oh ja vorder das war eine geburt die geburt war ein paar straßen vorher ja zum glück beim krankenhaus bürgermeister villa 7 von 7 stunden mit sympathierate von mindestens 75 prozent heute brauchen wasser schon wieder wir haben nur erst wasser bekommen was soll das denn weißt die brauchen wasser oder sowas am ehrenfluss sollen da fischen gehen katastrophe ist das hier ne ne katastrophenberg ist drüben ich möchte schon wieder hier eigen werden da ist der originale katastrophenberg drüben eigentlich kann man so irgendwo ein polizeirevier hinklatschen aber es läuft gerade also ein das ist eine rate mit der man leben kann wir müssen uns kurz unterhalten und levos ausschließen aus dieser ja du hast ja super mario party kann man dann eigentlich auch gemeinsam übers nintendo netzwerk bieten ja kann man ok also es sollte zumindest gehen sollte gehen wie das umgesetzt wird das kann man dann ausprobiert hm soll ich schon mal einen beschwerdebrief aufsetzen ja aber vorher geh bitte bei mir ist die seiner hunde vorbei gleich werbung ich werde größer hier in der höhe das ist ja schön wir haben das recht zu schmecken was so viel heißt wie klappe Klappe das Haus Thronian sooo da brennt schon wieder Peters Paketwaren gebe er brennt komm explodier Peters Paketwaren Century Tower der Adlerhorst also weil es ein Hochhaus Adlerhorst nennt Wilder Willi Corporation Grenzertrag ja 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 gut ich habe das jetzt endlich mal hingekriegt Lama Nugget Factory na komm zack 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 ich bin schön dass deine Handelszentrale neben Industrie Schlamm GmbH liegt von bei wem bei dir warte mal kurz linkstiefel Raum Spray neben dem Kohlekraftwerk ich warte 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 so erstmal Handelszentrale genau links daneben Industrie Schlamm GmbH ja klar klar war so geplant ne natürlich nur so so nebenbei war auch geplant dass ich jetzt meine Bürgermeister Wille aufwarte oh du das jetzt jedes Mal erwähnt er macht dann fertig oh ich kann meine bestimmt auch upgrade bald das dauert nicht mehr lange oh ich habe ganz viele smileys überall viele bohnte smileys nein ich will keine arkeologie danke spiel will ich aber nicht aber wenn du smileys hast dann müsste ja irgendwas richtig rennen in deiner Stadt meine Stadt boomt ja auch meine Stadt ist porno ja und wer einen Adlerhorst baut hat sicher nichts mehr gewonnen aber hallo aber hallo hast keine Ahnung Schutzbeauftragten und ne Chemiefahrzeug Geschichte ne 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 so so wo sind da los lebt mein Gammeltronics noch ja mein Gammeltronics lebt noch oh die Straßen sind echt voll Eisenhard Industries so keine Ahnung so so keine Ahnung so wumische Geräusche machen die denn bitte hektik AG Testplanung hehehe sauber toller Name läuft hm 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 oh Strom warum hab ich denn Stromprobleme das Toastrad das Toastrad das sind aber glaube ich da die wenigsten weil wenn ihr mal rüber schaut in meine äh in meine andere City dann kommt sicher genug zu euch an Kriminalität ne ne hier gibt's äh Grenzeingänge weil Österreicher werden erstmal geprüft ob die überhaupt hier rein dürfen Schild wenn die clean sind und alles dann können sie reinkommen aber wenn man schon merkt der sieht komisch aus dann nicht Schild für Kohlekraftwerk jemand hat dieses Schild mit den Worten saubere Kohle von wegen beschmiert hm 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 als rKA hmm ja hm hm ja dem ja ja des enhчив Jupiter Herr hihihi 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 der muss kurz gell hihihi ne das scheiß Husten Problem was wo mach ich Minus? nein ich... Borito Füllmittel hm so Strom sollte soweit passen in so einen Garten durchsehen so er trau de Mende bei wem bist du denn jetzt gerade? ich bin bei mir ach so ich werde jetzt meine Bürgermeistervilla bebauen so Bürgermeistervilla kann wieder abgegradet werden ich würde sagen wir machen erstmal die Garage für den Sport und wir machen mal schön erstmal Bürgermeisterstatue aufs Dach natürlich Hashtag Daumenlutscher schreibt mal hihihi 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 so so was nehmen wir denn? Elektroabteilung ich hab noch ein paar Würstchen im Kühlschrank ich hab noch ein paar Würstchen im Kühlschrank aber ich bin schon fleißig am sparen auf mein Atomkraftwerk extra für Levos nein nein aus größer ist nicht weil das kann ich ja sehr gut strahlen so Handelsdepot ist toll aber ich könnte noch zwei Lieferwagen bauen äh Mist was machen wir den noch? hier weg? ich hab die zwei Millionen erreicht jetzt KZ GZ KZ ist ein ex x wir haben die Finanzabteilung die Sicherheitsabteilung die Versorgungsabteilung aber noch die bildungsabteilung wird gebaut 18 themen industrie turm wachsmut titel ag steif nacken ein geschäft ein gewerbe ich meine mal irgendwo muss selbst das älteste gewerbe der welt hin ach so du meinst rumrubbeln also massagen livers zerstöreinheiten riesenparty feiern ja klar kannst du feiern habe ja eine gute müll entsorgung hier bei 90.000 leute habe ich jetzt meiner stadt ich dachte für das weg das weg eine bürgermeister will er abreden so was haben wir schlecht ausgebildet dann lernt den lehrern mal ein bisschen besseres vor hier schlimm mit diesen schlecht ausgebildeten lehrern so war doch mal grundschule habe ich allgemeine hochschule habe ich hier ganz wichtig ich habe meine stadtflagge jetzt gesetzt ne lenny eine stadtflagge du hast ganz ganz viele zimmer für dich süßer wo bist du eigentlich ähm ja wo bist du eigentlich scheiße wo ist er ach der wird hier schon irgendwo rumliegen im karton den du nach hinten geschmissen hast das kann nicht sein weil der nur hand groß ist vielleicht hat lenny den herzinfarkt bekommen oder versteckt sich hinter dir so weißt du direkt hinter dir und wenn sie nach hinten guckt so schnell um die ecke dass sie ihn nicht liebt du meinst wie der hase aus pet ich habe ihn gefunden er ist mal wieder am kühlschrank gewesen ich habe auch hunger gehabt er liegt beim tisch da liegt er immer äh so gymnasiumschild überraschenderweise ist dieses schild immer noch graffiti frei wm wm bei Untertitelung des ZDF, 2020